Du bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, der den Gerechtigkeit noch zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, der den Gerechtigkeit noch zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Bist du mit dem Heulen des Windes, dem Rascheln der Blätter und dem Plätschern des Baches vertraut? Die Natur ist des Menschen bester Freund. Einem Freund begegnet man mit Zuneigung und Respekt. Die Natur zu verletzen ist, wie sich selbst zu verletzen. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr wollt diese alte Mine wieder öffnen. Das dürft ihr auf keinen Fall tun. Aber das ist die einfachste Möglichkeit. Auf diese Weise erledigen wir Robin und seine Freunde ein für allemal. Wenn diese Mine den Betrieb wieder aufnimmt, bedeutet das, dass die Wälder zerstört werden. Das will ich ja damit erreichen. Aber... Diese Sternfriede sind auf die Wälder als Versteck angewiesen. Ich will mir die Bande endlich vom Leib schaffen. Glaubt ihr nicht, dass das zu weit geht? Außerdem gibt es eine Schwierigkeit. Der Lord, der vor euch regierte, hat den Betrieb der Mine untersagt. Der Schwächling hat sich zwingen lassen. Aber mir wird sich niemand widersetzen. Wie meint ihr das? Erstens sind einige Jahre vergangen und die Leute haben die Geschichte vergessen. Und diese Gibson-Mine untersteht jetzt meiner Gerichtsbarkeit. Wenn jemand etwas merkt, ist es schon zu spät. Und zweitens wird es niemand mehr wagen, meine Befehle in Zweifel zu ziehen, wenn ich erst König bin. Was? Laut Elvin habe ich richtig verstanden. Ihr müsst aber bedenken, bis es so weit ist, sind eure Rechte auf die Grafschaft beschränkt, Lord. Wie recht ihr habt, Herr Furt. Genau aus diesem Grund kann ich mit der Mine tun und lassen, was ich will. Sie gehört mir. Es wird kein großer Aufwand nötig sein, um sie instand zu setzen. Es kann schon bald losgehen. Ich krieg dich doch. Es ist gemein, hör auf, mich nass zu spritzen. Das ist gemein. Was sollt ihr euch einhören? Auf, mich auf, mich nass zu spritzen, ich bin euer Bruder. Oh, ich sehe, habt ihr eure Spaß, Kinder. Sagt mal, warum seid ihr denn hier, um zu spielen? Äh, nein, also ich meine, ja. Hm, darf ich euch einen Rat geben? Verlasst diese Gegend, demnächst soll eine alte Mine wieder aufgemacht werden und dann wird es hier nicht mehr so ist sein wie jetzt. Hallo. Guten Morgen. Du musst dich abtrocknen, sonst erkältest du dich noch. Was führt euch in diese Gegend? Oh, ich bin Bergmann. Ich soll mir die Gipsenmine oben am Hügel beim Fluss ansehen. Was ist ein Bergmann? Jemand, der unter der Erde arbeitet. Ich hole kostbare Edelsteine und wertvolle Metalle aus dem Berg. Weißt du, was ich meine? Noch nicht so ganz genau. Hier. Damit grabe ich nach Edelstein. Hm. Hast du es jetzt begriffen? Ja, etwas, glaube ich. Hm, gut. Sagen Sie, ich habe gehört, dass die Mine geschlossen wurde, weil sie so ungünstig mitten in den Wäldern liegt. Das ist kein Grund, wenn der Abbau sich lohnt. Einige Leute sagen sogar, dass es in der alten Mine spukt. Oh, was wirklich? Davon höre ich zum ersten Mal. Findest du nicht auch, dass er große Ähnlichkeit mit unserem Vater hat? Das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich nicht wüsste, dass Vater tot ist, hätte ich geschworen. Der damalige Lord hat den Betrieb der Mine verboten und sie sogar versiegeln lassen. Lord Elvin hat mich gebeten, mir die Mine anzusehen, weil er sie wieder eröffnen will. Ich soll ihren Zustand fachmännisch beurteilen und Elvins Soldaten in die Arbeit anweisen. Sie müssten eigentlich schon auf dem Weg hierher sein. Und deswegen sollte ich mich jetzt doch etwas beeilen. Hört zu, bitte tut nicht, was Elvin sagt. Der Mann ist ein Verbrecher. Was? Er ist ein schlechter, gewissenloser Mensch. Er würde sogar seine Mutter umbringen, um seine Habgier zu befriedigen. Aber das interessiert mich persönlich. Als Bergmann will ich selbst herausfinden, was mit dieser Mine eigentlich los ist. Lass das lieber sein. Ich bin sicher, dass es irgendwelche Probleme gegeben haben muss, wenn sie schon so lange stillgelegt ist. Wahrscheinlich Grundwasser, Erdrutsche oder etwas noch Schlimmeres. Und da sie in Kürze wieder aufmachen soll, ist es notwendig, sie auf Gefahren zu untersuchen. Das ist mein Beruf und deswegen führe ich diese Aufgabe durch. Also, auf Wiedersehen. Wer bist du denn? Ich heiße Barbara. Na dann, bis bald Barbara. Auf Wiedersehen. Mein Vater hat mir mal was von einer Mine erzählt. Ich glaube, sie wurde geschlossen, weil sie nicht besonders ergiebig gewesen ist. Das war nicht der Grund. Soweit ich weiß, war sie eine Gefahr für die Wälder. Ja, aber warum soll sie denn dann auf einmal wieder in Betrieb genommen werden? Ich vermute, Erwin macht das bloß, um uns für den Diebstahl der Steuergelder zu bestrafen. Ich fürchte, dass er die Wälder absichtlich zerstören will. Das darf er nicht. Wir müssen etwas dagegen tun. Stimmt. Lasst uns mit Little John und den anderen darüber reden. Wo? Barbara! Wo sind sie denn alle hingegangen? Mr. Kirk! Mr. Kirk! Na, was gibt es denn, Barbara? Ich wollte... Nur mit Ruhe, du brauchst nicht schüchtern zu sein. Mein Bruder und meine Schwester haben vorhin etwas gesagt. Sie finden, ihr habt große Ähnlichkeit mit unserem Vater. Aha, mit eurem Vater. Was meinst du, haben die beiden damit recht? Findest du auch, dass ich mit eurem Vater eine gewisse Ähnlichkeit besitze? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das so. Ich kann mich nicht mehr so gut an ihn erinnern, weil ich noch klein war. Ja, ich verstehe. Das Leben in den Wäldern muss für euch ziemlich hart und beschwerlich sein, besonders in eurem Alter. Hör zu. Was hältst du davon, wenn ich dir die Miene zeige? Ich werde nachher mit deinem Bruder sprechen. Mach dir keine Sorgen. Es wird niemand mit dir schimpfen. Oh. Na komm. Oh, fein. Wie toll. Ah! Ja, dann wollen wir mal und halt dich gut fest. Euer Befehl lautet sofort zum Schloss zu kommen. Hauptmann, wir lassen uns von euch keine Befehle geben. Habt ihr eure Fähigkeiten bisher unter Beweis gestellt und euren Schwur, Robin zu töten, gehalten? Ihr habt die Erwartungen, die man in euch gesetzt hat, nicht erfüllt. Ihr habt kläglich versagt. Gebt Acht. Eure Worte werden euch sonst leid tun. Aber ich habe euch nicht beleidigen wollen. Ich wiederhole nur Lord Elvins Worte. Was ist los? Worüber streitet ihr euch mit Elvins Soldaten? Wir sollen zum Schloss kommen. Der Lord braucht euch dort. Ich muss mit meinen Leuten zu einer alten Miene, die wieder geöffnet wird. Was? Ich habe gar nicht gewusst, dass es in dieser Gegend eine Miene gibt. Cleo, wenn ihr wollt, geht mit ihm. Das wäre eine Abwechslung für euch. Ja schon, aber Lord Elvin hat uns doch befohlen, zum Schloss zu kommen. Macht euch deswegen keine Gedanken. Es genügt, wenn wir gehen. Ihr braucht ein wenig Ruhe und Ablenkung nach allem, was ihr in den letzten Tagen und Wochen durchmachen musstet. Ich bin nicht schwach und feige, wenn ihr das damit sagen wollt. Also, wir werden wie befohlen zum Schloss gehen. Nehmt ihr Lady Cleo mit euch? Ja, ich habe nichts dagegen. Entschuldigt uns. Ach, wozu macht ihr so einen Aufstand? Das kann uns doch völlig egal sein. Little John, ist dir nicht klar, was das für die Wälder und auch für uns hier bedeuten könnte? Begreifst du nicht, in welcher Gefahr wir schweben? Nun wird mal bloß nicht albern. Lass Lord Elvin doch machen, was er will. Und wenn er in der Miene Gold und Silber finden sollte, dann schlage ich mit meinen Männern zu. Schließlich sind wir Räuber. Robin, Gott sei Dank, da seid ihr ja. Warum schreist du so? Was hast du? Was ist denn passiert? Barbara ist weg. Ich habe sie nirgendwo finden können. Barbara? Wo kann sie denn bloß sein? Sie ist vielleicht hinter Kirk hergelaufen. Aus welchem Grund? Er hat unglaublich viel Ähnlichkeit mit unserem Vater. Es kann sein... Stimmt, ich habe nicht darauf geachtet, aber er könnte euer Onkel sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass sie uns suchen. Dieser Stein ist wertvoll. Oh, was für ein hübscher Stein. Warte hier und geh nicht fort, hörst du? Seltsam, man hat sie versiegelt. Der Lord von Nottingham hat angewiesen, diese Miene für alle Zeit zu schließen. Sehr merkwürdig. Dafür muss es einen Grund gegeben haben. Das Datum ist inzwischen fast unleserlich. Aber das war vor ungefähr 20 Jahren. Ich frage mich, warum man die Miene damals stillgelegt hat. Oh, da seid ihr ja endlich. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Warum funkelt dieser Stein so wunderschön, wenn die Sonne auf ihn scheint? Weil er ein paar kleine Kupferstückchen enthält. Seid ihr Kirk, der Bergarbeiter? Ja, genau. Ihr seid sicher einer von Elvins Leuten, die ich einweisen soll. Ah, richtig. Aber wer ist sie denn? Die Kleine hier ist meine Tochter. Warum habt ihr sie mitgebracht? Sie stört euch doch bloß bei der Arbeit. Ich sehe sie nicht oft, weil ich viel unterwegs bin. Also nehme ich sie mit. Naja, zur Sache. Habt ihr denn die Miene inspiziert? Ich habe es versucht, aber den Eingangsstollen versperrt ein großes Tor. Außerdem sind die Schlösser versiegelt worden. Wenn ich nicht hineinkomme, kann ich auch nichts über die Miene sagen. Brecht das Tor auf! Was hast du denn da? Zeig's mir mal. Ein Stein mit Kupfer, der glänzt. Hast du ihn gefunden? Nein, Mister. Mein Vater hat mir den Stein gegeben. Dein Vater? Der scheint aber sehr nett zu sein. Ja. Ich bin übrigens Clio. Wie heißt du denn? Ich heiße Barbara. Was meinst du, Barbara? Sollen wir nicht lieber dort drüben hingehen, sonst stehen wir deinem Vater bloß im Weg herum. Na komm. Das muss Gold sein. Fantastisch. Das ist kein Gold, sondern einfaches Kupfer. Das ist ja sehr interessant. Das muss die Quelle des Flusses sein, der durch die Wälder fließt. Das kann nicht wahr sein. Halt! Sofort aufhören! Ihr dürft hier nichts anfassen. Das ist äußerst gefährlich. Was soll denn das heißen? Ich weiß jetzt, warum dieser Stollen versiegelt worden ist. Die Mine enthält Stoffe, die hochgiftig sind. Na und? Was macht das schon? Die lassen wir einfach hier. Am Ende des Schachtes ist eine Quelle. Wenn die vergiftet wird, verseucht ihr den Fluss? Los, an die Arbeit. Wir haben Anweisungen. Wir sollen hier kostbare Metalle ausgraben. Aufhören! Ihr bringt doch euer Leben in Gefahr! Ich muss diese Idioten irgendwie davon abhalten, weiterzugraben. Verdammt schnell! Holt ihn zurück! Los! Es muss ja schön für dich sein, mit deinem Vater zu reisen. Nimmt ich den Vater denn nicht mit? Was macht er denn? Er ist vor vielen Jahren gestorben. Ich bin allein, ich hab niemanden mehr. Das ist ja schrecklich. Mein Vater ist auch tot. Ich kann mich gar nicht richtig an ihn erinnern. Mr. Kirk ist ein lieber Freund. Ich bin nicht seine Tochter. Ich wollte dir nicht wehtun, wenn ich deine Gefühle verletzt hab. Verzeih mir bitte, das wollte ich nicht. Aber ich bin nicht allein, weil ich eine Schwester und einen Bruder habe. Ich hatte auch einen Bruder. Er war älter als ich und einfach wundervoll. Er war der wichtigste Mensch auf der Welt für mich. Dann denkst du sicher viel an ihn. Ja, unaufhörlich, Tag und Nacht. Was macht denn Cleo bei ihr und worüber unterhalten sie sich bloß? Cleo wirkt ganz ruhig, richtig glücklich, ganz anders als sonst. Du hast recht. Wir dürfen Barbara nicht bei ihr lassen. Es könnte gefährlich werden. Wartet, wo wollt ihr hin? Laut Elvins Befehle sind eindeutig. Wir müssen alles Wertvolle, das wir in der Mine finden, zum Schloss bringen. Dafür seid ihr als Fachmann eingestellt worden. Ihr habt die Arbeit meiner Männer zu überwachen nicht mehr. Habt ihr verstanden? Der Lord braucht das Gold und es liegt da unten massenhaft. Das ist kein Gold, sondern nur Kupfer. Barbara, komm, wir gehen. Natürlich ist das Gold, starrsinnige Trottel. Wenn ihr geht, ist eure Tochter tot. Bis eure Arbeit erledigt ist, werden wir das Mädchen als Geisel nehmen. Barbara! Lasst das Kind sofort los! Ihr mischt euch nicht ein, das geht euch gar nichts an. Hört auf ihn, greift nicht ein, das ist Elvins Land. Ich helfe mir. Beeilung, zurück an die Arbeit, ihr wisst, was sonst passiert. Barbara, um Gottes Willen. Was steht ihr hier noch rumkalkt? Tut, was ich sage, oder muss ich erst wehtun? Sie ist unschuldig, lasst sie los. Wie könnt ihr es wagen? Ich warne euch, lasst sie frei. Hört ihr nicht, lasst sie runter. Mr. Kirk! Barbara! Cleo, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Nicht zu danken. Und jetzt geh mit deinem Vater nach Hause. Sollte sich euch dieser Bergarbeiter in den Weg stellen und versuchen, die Öffnung der Mine zu verhindern, dann tötet ihn. Worauf wartet ihr? Ergreift sie! Los, das ist ein Befehl! Das wird euch leid tun. Die Sache geht euch nichts an. Ich handle auf Lord Elvins Befehl. Ihr hättet lieber tun sollen, was man euch gesagt hat. Jetzt müsst ihr starten. Wer war das? Ihr Hunde! Lasst sie frei und macht, dass ihr wegkommt. Robin, verdammt! Das ist ja Robin! Los, Männer! Schnappt ihr euch! Zum Angriff! Haltet ihn, der Karte auf uns nicht entgegen! Schnappt ihn! Lasst uns verschwenden, wir haben keinen Schutz! Diese Chance, ihn zu töten, lasse ich mir nicht entgehen! Bitte! Rettet das Kind, ich flehe euch an! Cleo, rette uns vor den Soldaten! Aber ich muss doch meinen Schuhen... Schießt endlich! Ich bitte euch, helft ihr! Ah! Schnell! Sie töten das Kind sonst auch! Bringt sie in Sicherheit! Beeilt euch, bitte! Mr. Kirk! Mach dir um mich keine Sorgen! Versteck dich, damit sie dich nicht finden können! Beeil dich! Auf Wiedersehen, Barbara! Bis bald, Mr. Kirk! Auf Wiedersehen! Sagt Lord Alvin, dass die Mine zerstört ist und dass ich seine Pläne durchkreuzen werde! Dieser verfluchte Kerl! Los, zurück zum Schloss! Hey! 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 Ich bin mein ganzes Leben immer nur auf der Wanderschaft gewesen! Deswegen hat sich mein Wunsch nach einer Familie auch niemals erfüllt! Aber heute habe ich mich ganz kurz wie Barbaras Vater fühlen dürfen! Seid ihr schwer verletzt? Ich bitte euch! Fragt Barbara, dass ich eine Reise in ein weit entferntes Land unternehme! Und sagt ihr auch, dass wir zwei uns dort vielleicht in vielen Jahren wiedersehen werden! Sie hat mich sehr glücklich gemacht! Nein! Ich bin schrecklich! Ich bin schrecklich! Nein! Gott, er ist durch! Wie schrecklich! Du solltest diesen Stein behalten, dann hast du immer ein Andenken an dir! Ja, das mache ich! Lady Cleo, entschuldigt! Aber es ist Zeit, aufzubrechen! Ja, gleich! Ich muss jetzt leider fort! Ich werde besser auch nach Hause gehen! Besuchst du mich mal? Wir könnten dann zusammen spielen! Ja, das werde ich! Abgemacht! Auf Wiedersehen, Cleo! Auf Wiedersehen! Vielen Dank für deine Hilfe! Bis bald, Cleo! Komm, lass uns jetzt zurückgehen, Barbara! Wieso tun wir uns nicht mit ihr zusammen? Ich finde, dass sie ein unheimlich nettes Mädchen ist! Sie ist ganz allein, weil sie überhaupt keine Verwandten mehr hat! Sie kommt mich irgendwann besuchen, das hat sie mir versprochen! Dann spielen wir zusammen! Das muss wirklich schrecklich sein, wenn man seine ganze Familie verliert! Cleo hatte ein gutes Herz, ich wusste es! Alvin hat ihr Lügen über mich erzählt, deswegen ist sie so voller Hass! Marion? Meint ihr Marion? Ja, genau! Nur wenn wir sie entführen, können wir an Robin herankommen und ihn umbringen! Ihr verlangt, dass wir als Ritter so etwas Unirrenhaftes tun? Ihr sollt sie ja nur gefangen nehmen und ihr nicht wehtun! Sie ist bloß der Köder, mit dem wir Robin aus seinem Versteck herauslocken werden! Gut, wenn das so ist, bin ich mit ihrer Entführung einverstanden! Schön, das freut mich! Das wäre geklärt! Wenn Marion in eurer Gewalt ist, bringt sie sofort ihr Heer zu mir ins Schloss! Lord Alvin, bitte vergebt mir! Ich habe mein Bestes getan, aber ich wusste doch nicht, dass wir alle mit... Ihr Versager! Das ist ja ein schöner Rheinfall, wir haben gar nichts gefangen! Tja, heute haben wir kein Glück, geben wir lieber auf! Du Knallkopf! Und was soll Winifred kochen? Sie wartet auf uns! Wir müssen irgendetwas fangen! Ist ja schon gut! Das ist ja schon gut! Und was soll, wie du das Problem ist, das jetzt hinter dir befindet! Das ist ja schon gut zählt! Denn das ist... Das ist ja schon gut! Und wir müssen die Wahrheit Democracy-Bewalt hast du gewaltt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020